Hallo Leute und herzlich willkommen zu Leiser 4.2 und wie gesagt, werden wir jetzt die Rakete starten lassen. Oh, ist hier rauf. Wow. Like a warm shadow, always there, but never really present. Sometimes, when darkness fell across town, we'd sneak out of the house. He'd look up into the night sky, watching the stars, but never really seeing them. What he really saw was a thousand souls on fire. His eyes would light up. The stars were already there. At that moment, I knew he had it in him. To make a thousand hearts bleed. A thousand heads turn. A thousand eyes weep. My brother, the silent dreamer. Dreaming, that a day would come, when we could leave it all behind. The journey of a lifetime. A light on the horizon. A flame. To call his own. Yes, he had it in him. To make a thousand souls burn. Make them feel alive. Make them live forever. A thousand lives. But, never mind. Never mind. There we were. Dreaming ourselves away into the night sky. Huh? When we could almost reach out and take it. A cruel shade eclipsed the sun. Our dream was gone. Something else took its place. Something vicious. Something... War. Intensiv. Lol. Okay, ich checkte das überhaupt nicht. Aber auf jeden Fall. Sind wir wieder hier. Wow. Oh nein. Was war die schwarze Wanderer jetzt? Nichts worry. Ein Tag werden wir sehen, wie es endet. Puh, okay. Also deep auf jeden Fall. Aber ich check's irgendwie nicht. Ich komme noch nicht so ganz klar. Dass Lily unsere Schwester ist. Ich dachte immer, wir erfahren, sind einfach dieser Schauspieler. Und erfahren eine Geschichte von diesen zwei Mädchen. Wie sie eben, ja, auf dem Schiff, also als Piratenmädchen groß wurden. Aber scheinbar spielten sie das nur und... Ja, es sind halt Lilys kleine Schwester. Ja. Interesting auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ein sehr schönes Haus. Oh, nee, war das ja. Ja, leider, da will ich nicht hin. Ich will eigentlich ins Badezimmer. Und das hier das Badezimmer. Ja, das ist das Badezimmer. Okay. Geben wir rein. Und was ist denn hier los? Party. Okay, Wasser. Wasser. Also aus. Wasser aus. Hallo. Ah. Das war... Die Lösung. Das ist einfach ein Auge im Spiel. Okay, also das Monster ist scheinbar alleine. Oh. Und wir auch. Und deswegen... Wenn wir vielleicht dem Monster... Keine Ahnung. Äh. Hä? Das ist ein sehr anders Brainfuck. Ich glaube, das ist nicht schlau. Warte, wir gucken. Hier ist mal kurz... Ah, das ist... Hier können wir nichts mogen. Hier auch nichts. Okay, ich glaube, wir müssen. Das hier mal wieder. Oh, okay. Das ist wahrscheinlich mal das Rätsel's Lösung. Nur mit... Oh. Nur mit einer Dings. Nur mit einem Wasserhahn. zu machen. Okay, dann gehen wir auch wieder hier durch. Und teleportieren uns einfach. Hui. Warte mal. Jetzt müssen wir safe... ...andere machen. mit einem Wasserhähne. Oh. Shit. Shit. Hähler. Oh, okay. Wir sind wieder hier. Können hier nicht weiter. Und wir haben hier wieder zwei Wasserhähne. Act 3. Bloody rocks. Äh, sind wir jetzt gestorben? Ne, wir sind hier. Ich bin mal wieder draußen. Ja, und jetzt? Alles. Okay, wenn du das meinst. Gehen wir hier durch? Aber hier waren wir, glaube ich, noch nie. Boah. Nein, der Passe. Das ist alles, was es braucht. Für was brauchst du nur an den kleinen Funken? Gott. Ist wie in einem Friedhof, oder was? Vater! Nein! Bitte! Was ist mit unserem Vater eigentlich die ganze Zeit? Bleib aus, Lilly! Warum, warum kannst du uns nicht alleine lassen? Okay. Du hast den Manns Kopf mit Nassismus gefüllt. Als ob er nicht genug genug war. Also, unser Vater ist schon mal wütend auf Lilly. Gott. Du bist der Mann, der nutzlos ist. Du kräuter, einseitige Freak. Was hast du gesagt? Geh weg von ihm. Du, du Monster. Nein. Oh, what? Autsch, Digga, was geht denn hier jetzt ab? Ich checke es irgendwie gar nicht mehr. Oh, Alter. Jetzt geht hier irgendwie übelst die Party ab. Oh, ne, ein Labyrinth. Ey, zum Glück ist dieses Monster nicht da. Und die ganze Zeit, da ich dachte, ich lernte zu leben, dann lernte ich zu sterben. Ah, mein Hals. Und, oh Gott, oh mein Gott, bin ich dumm. Ich hände instant wieder da rein. Dann komm, jetzt mach. Alter. Okay. Was muss ich denn machen? Wo muss ich denn denn hin? Oh, oh, ich bin im Kreis gelaufen. Hallo. Machst du irgendwas? Bist du. Böse. Oh, oh. Nein, das hat uns erwischt. Scheiße. Das Rad der Zeit hält niemand auf. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob wir uns da schützen. Oh. Ob wir uns da hätten schützen können. Ich glaube nicht, aber. Weiß ich nicht. Was ist denn hier? Ah, hier können wir uns vielleicht schützen. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh. Oh. Warte, 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 warte. Ah, du. Lass dich still. Muss ich, wo muss ich? Ah. Oh. Hier unten bin ich auf jeden Fall safe. Oh. Oder hier Feuer. Ich habe hier auch keine Ahnung, wo ich hin muss. Weil ich gefällig gerade auch hier. Hier bin ich safe. Wir haben hier schon mal ein... Oh. Alter, das war knapp. Wir haben hier schon mal ein riesiges Labyrinth vor uns. Und... Oh. Das war knapp. Und... Wir müssen hier schon mal durch. Ich... Ich... Was ist denn hier los? Oh. 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 Das war close. was ist denn hier passiert das spiel ist ja ich kann nicht mehr scheiße wo bin ich denn jetzt sicherheit das war ja übelst knapp kommt der überhaupt näher oh ja was ist das denn überhaupt hinterher wir sind hier noch mal so das schlupflok moin panic 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 es ist so stressig gut all der anderen wo das ganze zu ist aber gericht Ja, das war's. Ja, unsere Mutter hatte... Geht er... Unser Vater besucht... Unser Vater besucht jetzt unsere Mutter... Also Lili ist um meine Mutter quasi... Und... Irgendwie konnte er sich... Er hat seinen Bruder... Also mein Vater ist ein Bruder, respektive unser Onkel... Also unser... Ja, Onkel... Der... Hat jetzt scheinbar... Auch Geburtstag an diesem Tag oder so... Why? Es... Bezübben! Es... Bezübben! Ich kann... ... ... ... ... ... ... Stimmt, wir sind ja Mr. Hardy. Stimmt, wir sind ja Mr. Hardy, der ist ja der Quartiermeister, also die kleine Schwester von Lilly ist der Quartiermeister, also wir und, ne, wie sogar, ihr seid es nicht geladen. Oh, hier ist das dritte Tape. Oh, wie erschrocken wir im letzten gerade. Auf jeden Fall interessant. Das ist auf jeden Fall ein gutes Spiel, das ist ja viel, das ist halt wirklich viel besser, als das ich erwartet hätte. Real Red. Und wir sind zurück. Und es ist auch ein bisschen grüner geworden hier. Lass dein Herz bluten. Wieso? Jetzt gehst du euch. Ja. In dieser Folge nicht mehr, aber wir werden es... Äh, oh. Wir werden... Oh Gott. Wir werden... Das Spiel noch nicht aufgeben, natürlich. Aber, oh, ich kann das nun... Oh, okay. Jetzt sind diese Messer weg, oder was waren die... Wollen die Messer, doch, ich glaube. Okay, auf jeden Fall. War es das mit dieser Folge? Lass auf 4, 2. Bei der nächsten Folge beginnen wir das letzte Kapitel von diesem Spiel. Und... Ja. Dann... Bewertet das Video. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020